Schön, dass ihr da seid. Immer noch oder wieder. Ich hänge hier in irgendeinem neuen Gebiet, irgendeinem Jägerhain oder so. Da gucken wir jetzt weiter. Und da ich jetzt auf Forschung gehe, Erkundung gehe, nein, ich will das bitte, machen wir einmal das Leben voll. Einmal Leben voll machen. Ach so, und da ich genug Seelen habe gerade, warum sollten wir das verschwenden? Gucke ich mal, ob ich die helle Bade, also einmal reparieren. Die eine reparieren, die da, uh, 1500 Seelen, das ist teuer. Und vielleicht kannst du die auch gerade verstärken. Oh ja, die kann ich nochmal verstärken. Uh, zweimal sogar, nee, einmal noch. Oh, die wird langsam mächtig. Die wird langsam mächtig. Und ich hab hier ne... Einen Streitkolben Magie. Der macht Magie-Schaden. Hm, könnte nützlich werden. Na gut. Danke für deine Dienste. 3.600 Seelen, reicht das für ein Level-Up? Nein, 5.700 brauche ich. Ähm... Jetzt reicht's. Wer... Seek... ...lässt das... Leben... ...Kondition... ...oder... ...Geschicklichkeit. Ich glaube, ich mach einmal Kondition. Bisschen Ausdauer. Kann nicht schaden. Bisschen Balance. Ja. So. Wo ist er, der Jägerhain? Ähm... Ist es das? Jägerhain. Ja. Und dann... Untotenkerker? Ja. Aber in den Untotenkerker will ich nicht. Ähm... Ah, wir gehen einfach den normalen Weg hier lang. Ich hab noch nicht gefunden, oder jedenfalls noch nicht drauf geachtet, wem ich meinen Shit verkaufen kann. Da oben steht echt einer mit einem Bogen. Oh, da sind zwei. Hoppala. Ey, du. Hör mal auf, bitte. Ja, komm. Sicher ist sicher. Schlucken wir mal lieber. Da oben war ich. Ja, dann nachdem jetzt der Finstergeist kaputt ist, werfen wir nochmal einen kurzen Blick darauf. Ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Was steht denn da drüben für einer? Der sieht wild aus. Gefährlich, gefährlich. Lammenberge. Riftiges Moos. Oh, Alter. Hat der mich erschreckt. wieder nicht richtig gesehen, weil der da so komisch... Noch einen Flammenschmetterling mal zwei. Das ist cool. Damit kann ich die... Damit kann ich die Fackeln anzünden, wenn ich unterwegs bin. Das ist geschickt. So, ich hab das Gefühl, der da rechts, der fängt gleich an, auf mich zu schießen. Deswegen renne ich hier jetzt durch. Ja, ich hab's schon gehört. Oh, der Eingang hinterm Wasserfall. Ah, ja. Gut, hier geht's wieder in das... Lassen wir das. Ah! Ist das etwa ein Bosskampf? Ja, ist es. Gerippe, Fürst. Aua. Äh, wartet mal kurz, Jungs. Wartet mal ganz kurz. Einen kleinen Moment, bitte. Okay. Aua, aua, aua. Nein, 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 nein. Stop, 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 stop. Oh no Oh no Nein, 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 nein First try Leute, first try, let's go! Nice! First try, let's go! First try, let's go! First try, let's go! Okay, let's go! Erntetal. Da sitzt jemand, da ist ein Leuchtfeuer. Geil, ey! Das ging ja zügig, ey. Das ging ja zügig. Ein bisschen Schiss hatte ich ja. Ein bisschen Schiss hatte ich. Boah! Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Lass mich aufsteigen, bitte. Okay. Okay. Ein bisschen Kondition nochmal und... Nochmal, ja. Kann ich, wenn ich meine Seele fress, nochmal... Nochmal leveln? Ja, ich glaube, das müsste gerade so reichen, oder? Da... ... dass die das jedes Mal durch... ...labert, ne? Bisschen Stärke vielleicht auch mal noch. Hm, ne, eigentlich nicht. Die Waffen, die ich hab, die sind eher Geschicklichkeit aktuell. Aber Balance steigt hier gar nicht. Hier, Anpe. Was auch immer Anpe sein soll. Anpassung. Erhöht verschiedene Artikeln, um zu überleben. Erhöht Beweglichkeit und andere Resistenzen. Oh, das könnte nicht schlecht sein, dass ich noch mal ein bisschen auf Anpassung gehe. Da geht auch die Balance hoch. Erntetal. Let's go. Hi, und wer bist du? Hi, und wer bist du? Erzsteinhändlerin? Ich bin Clo-Anne. Hi, Clo-Anne. Erzsteinhändlerin. Aha. Einfach hineingewandert. Ja, du scheinst ne ganz hübsche zu sein. Vergiftet? The fuck? Wieso? Many of these stones are quite useful. Nancy, grüß dich. Ah, now your ears prick up. Könntest du bitte nicht... Wieso wurde ich jetzt vergiftet durch sie? Oh, sie hat Titanscherben. Asketenleuchtfeuer. Verbrennenden Leuchtverstärk. Nahe Feinde. What the fuck? Ne. Seelenfrieden. Hm, was auch immer. Erneuter Tod. Verstärkt Ausrüstung. Hm, ja, davon könnte ich tatsächlich noch welche brauchen. Aber ich hab keine Seelen. Oh, das hier sieht ja ekelhaft aus. Oh Mann, ey. Da unten brauch ich Giftresistenz, wa? Warum auch immer ich jetzt überhaupt erst hier... ...gestorben bin. Äh, nicht gestorben. Vergiftet wurde. Leute, ich sag's euch. Ich muss hier Giftresistenz schlucken. Bevor ihr mich da unten... Titanit scherbe. Was hab ich denn gegen Giftresistenz? Das hier? Einmal benutzen. Und dann hätt ich dich aber gerne noch hier. Oh, ist das mies. Werde ich hier noch vergiftet? Nee. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Hier gibt's ganz schön geilen Shit, ey. Wow, was bist du denn? Eine Fackel. Okay. Ich lauf hier mal weiter, ne? Den Loot da unten, den Rest kannst du behalten. Hat mir schon ganz gut was gebracht. Hexen... 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 Hexerei-Urne explodiert und richtet Finsterschaden an. Achso. Ähm... Findest du irgendwie nicht so geil, was du da unten tust? Diese Explosionen sind... Obbala. Ganz schön heftig. Aua. Nein, 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 nein. Drachen-Amulett. Okay. Okay. Ja, guck mal. Easy peasy. Hebelchen. So, mach mal das Loch da unten auf. Hey, nächstes Leuchtfeuer. Nice. Nehmen wir direkt mit. Die Minen. Hallo. Uh. Nee, 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 nicht weglaufen. Ach Mist, der ist zu schnell weg jetzt. Nein, die sind alle weg. Neeein. Nein, ach schade. Oh je. Oh je. Oh je. Mach mal nicht. Erwischt. Hm. Niki, Hallöchen. Schönen Sonntag gleichfalls. Dankeschön. 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 Och nee, ich hab doch nix gegen Gifts. Boah, das ist voll mies, ey. Jetzt muss ich aber. Weil ich jetzt da runter gehüpft bin, ne? Giftstein. Paulus Harz. Okay, was ist der Giftstein? Drachenname. Heilt Gift und stellt viele Trefferpunkte wieder her. Okay. Stellt viele Zaubereinsätze wieder her. Bleibt Waffe Gift. Giftstein, Giftstein. Verstärkt vorübergehend Giftresistenz nehmen. Äh, Giftstein. Giftiges Moos. Ja, egal. Wir haben jetzt erhöhte Giftresistenz rein da. Oh je, aber nicht viel. Oh Gott, ich seh gar nichts. Ich seh gar nix. Ich seh nix. Ich seh einfach nix. Leute, wollt ihr mich verarschen? Ach du Scheiße. Ja, ich denke, ich sterbe hier jetzt. Ja, von hier, da bin ich oben lang gekommen, ne? Oder? Bin ich jetzt zufällig woanders raus? Ne. Scheiße, Mann. Uff, 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 uff. Ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob mir das hilft. Ach Mist, jetzt weiß ich nicht. Kann ich mit der Fackel überhaupt runterklettern? Ah doch, das hilft. Okay. So seh ich wenigstens ein bisschen was. Ich muss hier schnell rauskommen. Ah, schau mal. Haha, Profi. Profi am Berg. So, da hinten waren wir gerade. In so Löcher will ich halt auch nicht reinfallen, ne? Wo geht's hier lang? Da hoch. Aua. Aua. Was ist hier hinten? Okay. Was auch immer du für ein wilder Typ bist. Lass mich mal vorbei. Danke. Irdenspitze. Ach du Scheiße. Ups. Scheiße. No. Alles klar, da brauche ich nicht nochmal hingehen. Da unten, da muss ich erst irgendwie dieses Wasser loswerden. Oh, geil. Wisst ihr was? Das ist eine gute Sache hier. Oh, er ist da reingehüpft. Ne, da gehen wir nicht hinterher. Aber es könnte sein, dass ich die helle Bade jetzt nochmal leveln kann. Die große. Ah. Problem. Naja, mal gucken, ob es ein Problem ist. Das Leveln ist langsam teuer. Ah. Ah. Also. Der Drachenreiter, da kriege ich wahrscheinlich eine bessere Waffe draus. Verfolger hatte ein Schwert. Letzter Riese hatte eine Keule. Den Wachen. Den Wachenseele. Ruinenwächter. Die hatten so Lanzen. Gerippefürst. Keine Ahnung. Der hatte irgendwas seltsames. Ne, verlorene Sünderin? Seele des Verfolgers. Ne, der Verfolger hatte ein Schwert. Verlorene Sünderin hatte ein Ding. Aber die sieht irgendwie besonders aus. Da, komm, benutzen wir die. Ja. Sechstausend. Das müsste reichen. Das waren gar nicht so viele. Ich dachte, ich kriege viel mehr davon. Oh, Waffe verstärken. Oh, jetzt brauche ich einen Titanit-Brocken, um sie noch stärker zu machen. Okay. Gut, aber momentan komme ich auch so ganz gut klar. 5.900. So viel hat es mich jetzt das gar nicht gekostet. Äh, reichen 5.900 für ein Level? Könnte sein. Könnte aber auch. Ne, 6.300. Hm, ärgerlich. Naja, gut. Ich könnte... Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist die Lady? Die sitzt doch hier jetzt sicherlich irgendwo. Die Lady, die diese Titanit-Scherben verkauft hat. Hallo, bist du hier? Lady mit großem Ausschnitt, ne? Wo bist du? Bist du bei der Katze? Würde irgendwie passen. Keine Ahnung. Nö. Hier irgendwo vielleicht. Hallo? Ne, auch nicht. Sitzt die noch an dem Leuchtfeuer? Ne, die ist doch bestimmt auch hierher zurück. Hm. Vielleicht sitzt du aber auch noch bei dem Leuchtfeuer. Das war... Erntetal... Giftteich müsste das sein. Wo die saß. Bist du noch da? Ja. Dann kaufen wir mal fünf Stück davon, das einfach ausgegeben ist und ich ein paar davon habe. Das einfach, dass die Seelen auch benutzt sind. Gut. Jetzt nochmal hierher. Nicht ins Loch fallen. Hey. Oh. Oh. So, große nochmal. Blechstein, was auch immer der bringt. Keine Ahnung. Also, rechts rum war Mist. Links rum ist auch Mist. Also, ab über die Brücke. Hi. Du, lass mich vorbei, bitte. Danke. Okay. Oh Gott. Ne, erstmal noch nicht runterfallen. Ja, guck mal. Da unten stand ich. Da war der Rest meiner Seelen. Ne. Ja, ja. Uh, ist hier ein Boss? Okay. Okay, 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 okay. Wissen wir schon mal, wo es lang geht. Da geht es jetzt hin. Mal gucken, ob ich da jetzt durchrennen kann. Gleich der nächste Boss. Schauen wir mal. Nicht ins Loch fallen. Da wird explodiert von oben. Ich würde gerne ohne Vergiftung hier durchkommen, wenn es geht, Leute. Okay, scheiße, es geht nicht. Hm, das ist sehr, sehr schlecht. Ei, 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 was bist du denn? Könne ich hier hoch? Ne. Ich sterbe jetzt am Gift. Ouch. Okay. Okay. Ob ich dem seinen Schwanz wohl abhacken kann? Au, au, ey, ey, ey. Nächster Bot im First Try. Hahaha, nice. Juhu, geht ab, ey. Habsucht, Dämonenseele. Habsucht. Okay. So, da oben. Da gehts irgendwo ins... Keine Ahnung wohin. Hier komm ich aber auch nicht hoch, ne? Hüpf. Nee. Ich glaub, das ist nur Level Design hier. Okay. Okay. Ah ja, Leuchtfeuerchen. Schön. Let's go. Noch ein paar Levelchen holen. Ach ja, du musst es nicht jedes Mal erzählen. Ist, ist okay. Äh, und zwar hab ich Anpassungen gesagt, will ich ein paar Pünktchen reinpacken. Wegen der Balance. Ich glaube, dass das nämlich die I-Frames sind. Äh, welchen Boss du verpasst hast? Diesen... Den Untoten, wo der so viele Skelette spawnt. War relativ unspektakulär. Ich bin mit der Hellibarde durchgelaufen und hab alles platt gemacht, um ehrlich zu sein. Also... Auch First Try. Ey, hi, ey, hallo. Ja, ja, ja. Du darfst aufhören. Nee, hör mal auf, bitte. Lass mal ganz kurz... Danke, ich muss mich heilen. Schnell. 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 Schimmernder Lebensstein. Cool. Wie sehr mich das an, äh, die Schlangenfestung erinnert hier. Ich kann hier sicher nicht durch. Das sieht doch so nach Durchgang aus. Hm, na gut. Let's go. Hallöchen. Zack. Ja, passt schon. Lass uns mal lieber hier irgendwo... Ey, wer bist du denn? Okay, ich hänge in der Animation. Ich kann nichts machen. Ich hing gerade extrem in der Animation. Äh, gut. Hier ist nix. Äh, und zwar in der Hochkletter-Animation. Ich hab nämlich A gedrückt, um die Leiter hochzuklettern. Und dann wollte er an die Leiter. Vor ihm standen aber zwei Gegner. Blöd. Ja, lass mal bleiben. Brauchen wir uns nicht mit auseinandersetzen hier. Ey, ich darf halt nicht. Ich darf halt nicht. Hallo, hör auf. Ich will da hoch. Danke. 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 Jetzt bin ich gestorben. Och Mann. Steve, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich. Ich will da jetzt. Ich will mich da nicht einzeln durchkämpfen. Oh Mann. Ich weiß. Voll dumm. Da durchrennen. Aber. Ich muss mir was überlegen, wie ich hier die Leiter hochkomme. Ohne, dass ich zu viel Schaden an der Stelle bekomme. So. Du droppst runter. Na, ich darf nicht hochklettern. Sie lassen mich nicht vorbei. Die Schweine. Ja. So nicht. Wie geht's euch allen? Wie war euer Wochenende? Erzählt mal. Denkt dran, das landet auf YouTube. Also. Vielleicht nicht ganz so ausschweifend. Oder Dinge zurückhalten, die vielleicht nicht. dauerhaft im Internet vorhanden sein sollten. So. Weißt du was? Dann machen wir hier halt doch einen Kill. Dann machen wir hier halt doch einen Kill. Erstmal die beiden. Lernen. Sex, Trucks und Rock'n'Roll. Okay. Nice. Jawoll. Passt. War hier rechts nochmal einer? Nee. Aber warte mal. Hier komme ich zu euch. Ah, auch nicht so richtig, ne? Da unten ist noch irgendwie ein Durchgang. Ich habe aber das Gefühl, der Weg, den ich nehmen soll, der ist nach oben. What? Ah, ihr seid doch Schweinebacken, ey. Hm, geht ja. 5 gezockt. Cool. Lernen, ja. Lernen ist was Gutes. Aber was ich nicht mag, ist so dieses Schullernen, dass man tatsächlich sie sich hinsetzt und sich so Wissen aneignen muss mit Bücher lesen und keine Ahnung, Sachen auswendig lernen und sowas habe ich nicht so gerne. Ich bin aber, ich lerne gerne dazu. Also, oder neue Dinge. Oh, oh, okay. Hier bin ich. Alles klar. Ah, die Gegner vergiften also auch. Gut zu wissen. Habe ich gerade bei ihm am Lebensbalken gesehen. Würdest du mal bitte nicht... Ja, fall lieber runter. Besser so. So. Ey, ach was, also... Dämliche, dämliche, blöde, messerwerfende Typen, die da runterfallen zu zweit und der eine, der ein Messer aus dem Nichts wirft, irgendwo aus seiner Hosentasche, beim Rückwärtssalto. Schweinerei. Okay. Ey, das sind... Das sind scheiß Gegner hier. Die sind richtig rattig. Diese da mit ohne Kopf. Rattige Mistviecher. Ach, jetzt droppst du runter. Ey, stopp, hör auf! Mann, ey! Ach, fuck off! Entschuldigung. Mann, ey! Hohohoho! Aaaaaaaaaaaaaaah! Oh, oh. Aua. Weil, dass ich dann halt an den beiden sterbe, ist schon auch. Runter mit dir. Aua. Warte kurz. Jetzt. Aua. No, 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 no. Du bist ein Saftsack. So, jetzt hat... Puh. So, weiter im Text. So, du schienst ja jetzt nicht die allergrößte, harte Herausforderung zu sein. Jawohl. Oh, ist hier schon wieder der nächste Boss? Nee. Nee. Moment. Aha, schau mal an. Kommt mal runter, bitte. Wo ist der zweite? Ist er jetzt hinter mir runtergefallen? Nee. Lol, er ist tot. Warte, Feuerbombe. Ich bin auf der Suche nach einem Leucht... Boah, ja. Oh, da ist eine Falle. Verstehe. Maske des Männchen? Watt. Was? Was? Ähm. Okay. Oh, noch einer. Nein, 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 nein. Ach, Mann. In der Rolle wieder. In der Rolle. Ich wollte doch nur zu einem Leuchtfeuer. Mann. Vielleicht hätte ich da durchgehen sollen. Menschlichkeit. Gib mir mein Leben zurück. Bitte. Brauche ich hier, sonst komme ich hier nicht so gut voran. Das brauche ich hier einfach. Ach, so, du droppst jetzt runter. Oder auch nicht. Diesmal wieder nicht. Okay. Ah, doch. Er droppt aber verspätet. Und macht mir schon wieder zehnmal Damage. Bevor ich irgendwas machen kann. Alter. Okay, warum auch immer das jetzt so viel Schaden war, den er bekommen hat. Keine Ahnung. Halle 77. Okay. Was auch immer das sein mag. Viel Spaß. Danke für den Lörg. Okay. Lörg, ähm, ist korrekt übersetzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt an der, an der, an der Übersetzung hängt. Oder, ähm, ich muss mal das benutzen. Diese giftige ist nervig. Äh, auf Twitch bedeutet uns so viel wie, also die Übersetzung wäre lauern und auf Twitch bedeutet es so viel wie, einfach als Zuschauer im Chat rumhängen, aber nichts schreiben, nichts machen. Ähm, ne, lass mal bitte, warte, du brauchst noch hier so eine. So, jetzt hat. Gut, jetzt haben wir hier ein paar Flakons und so weiter. Gucke ich halt doch mal schnell hier rein. Was da ist. Einfach als Zuschauer da sein. Ah, hier ist das Leuchtfeuer. Wow, okay, alles klar. Ah, hier ist das Leuchtfeuer. Jetzt dachte ich, ich gucke erst mal hier hoch, weil da irgendwie bossig was ist oder so, aber ne. Na, komm, ey, komm, sie zu dritt. Oh, ey. Ja, lass mal, lass mal gut sein. Er hat die Leiter getroffen, aber ich kriege Schaden. Ne, ja, torkeln mal nicht so viel. Aha, okay, alles klar. Oh mein Gott. Was ist hier los? Okay, da geht's nur runter. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ich wollte mich nur mal umgucken. Ich renne mal jetzt in die andere Richtung, wenn ich da hochkomme. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ja, baste, 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 baste. Ja, ja, hier geht's nach oben. Oben ist, glaube ich, die richtige Richtung. So. Hi. Hallo. Ja, 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 aua, 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 ja, 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 ich weiß. Ich weiß, ich weiß schon Bescheid. Einmal saufen, bitte. Danke. Will ich in die giftige Brühe, da hoch? Was auch immer, da sind zwei von denen, die beschützen da irgendwas. Hier geht's nach oben. Ich will, ich will nach oben. Kann ich die Fässer hier runterschmeißen? Äh, jip. Hallo? Wer ist da? Aha. Oh, nee. Okay, das... Boah. In gift und... Ah. Oh... Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 Ouch Ah, da macht sie auch noch so eine fette Drehung Also, ich sollte dort meine fettere helle Bade nehmen Und da oben habe ich einen Moment, um Giftresistenzen zu schlucken Falls ich noch welche habe Ähm, wir probieren mal ein bisschen So, hier, zack, da hoch Dann will ich nach links, jawohl Hier geradeaus durch Einfach an denen vorbei rennen, jawohl Der hat mich jetzt ein bisschen getroffen Der kam gerade nicht hinterher, als ich hier oben war Jetzt kommt er Ich habe es mir fast gedacht Dass er dieses Mal kommt Er hat sich selber vergiftet Auch gut So Also Verleiht Waffegift Erhöht Ausdauerregeneration Stellt Trefferpunkte und Zaubereinsätze her Glaube ich habe nichts mehr für Giftresistenz Habe ich alles verbraucht Doch, den hier Das hier, ne Stärkgiftresistenz benutzen Ähm Heilt Gift und stellt viele Trefferpunkte wieder her Den packen wir mal mit hier zu So Aua, das war viel Schaden Wollte ich so nicht Ah, fuck Die andere Hellebarde ausrüsten Ne, warte mal Warte kurz Lass mich doch Ach, ich darf nicht aus dem Menü raus, ne Nee Jetzt hat Jetzt können wir Ah, jetzt bin ich tot Ah Zu viel Menü gefummelt am Anfang Shit Boah Und die Giftresistenz hat jetzt nicht so viel gebracht Gut, aber wir greifen ja niemanden an Also Ach ja, klar So, hier muss ich schnell durchlaufen Wegen diesem Rabenschädel Wegen dem Pestdoktor Der mir jetzt doch wieder hinterherkommt Der Pestdoktor Ich dachte, er springt mich Ich hatte gehofft, er springt mich an Hat er nicht gemacht Ich muss unbedingt Hier unten Ach, fuck Ich hab nur noch eins davon Ach, nö Oh, es hat geklappt Nein Das hier bitte schnell Nein Was war das denn jetzt für ein Angriff von ihr Ja, gut Boah, wie viel Schaden diese Falle macht Nee Okay, das kannst du voll vergessen Hierdurch Da hab ich ja Dann schon mal so viel Gift Hab ich jetzt gesoffen? Nee, hab ich nicht Und sterb dann an Gift Scheiße Ich muss oben rum Ich darf hier nicht schon mit Giftschaden reingehen Das Macht keinen Sinn Und ich brauch volles Leben Das heißt, ich muss auf jeden Fall gleich eine Menschlichkeit benutzen Nachdem ich hier mir ein bisschen Nachdem ich den Weg dorthin ein bisschen rumprobiert hab Und ich Bescheid weiß Ach komm ey Pestdoktorchen Muss das denn sein? Muss das denn sein? Dass du mir hier vorher schon eine gibst? So Hab ich eigentlich keine Lebenssteine mehr? Doch Warum sind die hier nicht mehr drin? Hab ich rausgemacht Die brauche ich So Okay Also Ich benutze jetzt diese Frucht erstmal noch nicht Weil ich hab nur noch eine Ich brauch hier von euch Ein Pattern Bei dem ich Hier rein kann Scheiße Nein Ach kacke Sterben durch Gift Geil Ich glaub ich sollte mich mal kurz umgucken Ob ich dieses Gift entfernen kann Das machen wir In der nächsten Folge Danke fürs Einschalten Schön, dass ihr da wart Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss